Das können wir auch festhalten, jetzt nach drei Runden ist dieser FC Sion ganz sicherlich ein ernstzunehmender Titelkandidat. Da Raji noch einmal, auch hier vorbei an Hücker, dann Lefferty, kein Lefferty, 3-0. 94. Minute und jetzt wird es ganz brutal für den FC Luzer. Dann natürlich Kostal, Kyle Lefferty. Wäckli lässt sich auch zu einfach ausspielen, Hücker kommt da Raji nicht nach. Und dann flopft er auch noch da mit Fiebung, aber dann sitzt er.